Das ist Jake. Er sucht ganz dringend erfahrene, sportlich aktive Menschen, die seinen Charakter zu schätzen wissen und weiter mit ihm an seinen Problemen arbeiten. Generell akzeptiert er Männer eher als Frauen. Seine zukünftigen Zweibeiner sollten Geduld mitbringen und ihm viel Aufmerksamkeit und Auslauf bieten. Jake zeigt ein ausgeprägtes Dominanzverhalten und verteidigt seinen Besitz sehr stark. Im Tierheim wird mit gezielten Training bereits entgegengearbeitet. Jake lernt schnell, weshalb auch im neuen Zuhause unbedingt weiter geübt werden sollte. Der hübsche Husky-Rüde freut sich darauf, dich kennenzulernen. Untertitelung des ZDF.